wisst ihr was das für eine arbeit ist mit rändern mit hochladen also ganz im ernst leute ihr unterschätzt das immer ihr unterschätzt das immer so läuft der stream jetzt schon für euch alles gut noch nachträglich vielen dank läuft der stream bei euch inzwischen wartet mal kurz ich muss schon wieder mal schrei loslassen so da bin ich wieder warum geht die kamera eigentlich schon wieder nicht ich krieg gleich die kretze dieses scheiß ding hier ok keine facecam für uns warum auch immer ich krieg gleich zu viel so ähm ich werde gerne zu wieder meinen kaffee gesoffen ganz den tag den ganzen verschissen verpiss dich jetzt endlich oder ich luft die kopf das ist der weg von meinem schutzstück oder ich komme aus dem schutzstück damit die händler schon als eure hunde halt schmau du heftig erprotzt du bist du sollst nicht in die meiste du bist schöner da such dir eigentlich ein klack du heftig erprotzt was war das jetzt nicht mal als du hier warst du hast da am Boden wenn du hinter der kopf wirst du dich machst wirst du nicht in die runde geheult hast also halt schmau und verpfiff dich so leute ich würde sagen an dieser stelle beenden wir den stream schon wieder ich wollte bloß ein bisschen mal wieder streamen video kam heute auch schon also ab heute geht es auch wieder weiter ganz normal ja dann danke ich euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer drache haut rein und jetzt habt ihr richtig scheiße am arsch wegen brand und so weiter ihr glaubt doch nicht dass ihr damit davon kommt also dieses mal habt ihr echt zu viel scheiße gebaut jetzt aber fliegt die raus das schwöre ich euch jetzt erwischen wir euch jetzt aber das war es also das kann nicht sein ohne dreck alter